Hellerstorf, äh, Hellerstorf, Beizersdorf, auf Bambu. So, da ist auch Nikolaus oben. Am Haus, ja, auf das Harzhaus. Wie hast du das jetzt aufgemacht? Ja, das hat man schon aufgemacht. Ein richtiger Bahnfahrer weiß, wie der Ausfang aufgeht, gell? Ja. Jetzt wird wahrscheinlich ein paar Blutbaden kommen. Hier ist Bad. Aha, die fahren nur ein Unter... Werktag, Werktag. Ah, heute ist das Unter... Der Bahnhof, Welsersdorf, erreicht. Ja, der ist noch genauso wie 1906. 1906. Bad. Zielpunkt, Welsersdorf, erreicht. Und wieder von unter den Füßen, bis er weht. Oh. Der Lüte scheint zu sehen, ob du magst. Ja. 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 Bitte nicht in den ÖPB-Gleisbereich treten. Danke vielmals. Das ist unser Wies. Das ist ein Wies. Das ist kein Problem. Ja. 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 Bastian